Jetzt woanders hin Kann der Dark 4 erstmal alleine machen Kann da ja nochmal ne Stunde warten bis Bis sich irgendjemand der Truppe Dazu gesellt Wir kümmern uns Dann erstmal um diese Mission Ist ja auch Wieder für medizinische Abteilung Ein weiterer Agent ist ihrem Team beigetreten Ein weiterer Geht's jetzt los oder Es sind aber wieder glaube ich diese selben Chaoten Die es nicht geschissen kriegen Vernünftig zu agieren oder Sind die jetzt schon runter Entscheint Doch nicht Jetzt warten sie immer noch auf einen Mach jetzt schon mal Ärger So 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 Einer kommt da Es ist Weihnachten So Verletzt Super Wo ist denn der Dritte im Bunde Wir waren noch zu dritt oder Hier Na der ist gar nicht gekommen Jetzt ist ja um gemütlich gemacht Heilen tut er mich auch nicht Runter Tot Oh Oh Weißt du was So auf keinen Fall mehr Das macht auch gar keinen Bock Also Geht gar nicht Ready So Ui Hat einer was verloren Für mich Was haben wir denn da In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo Geht 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 Go 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 Teamleader oder was So Mach mal Go 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 Ne So Dann haben wir Aber vielleicht läuft das jetzt besser Festgesetzt Super So So Boom 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 Festgesetzt So den haben wir Komm her Sehr schön Boom 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 Ich wollte uns heilen. So. Und wo? Wo ist denn der andere? So, hier ist doch noch irgendwo einer von uns, oder? Und ja, bin ich jetzt hier straight alleine? So. Den haben wir doch auch gleich. Sehr schön. Können wir uns ein bisschen die Sachen einlooten? Wow, 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 wow. Da hinten ist noch richtig was los. Einsammeln. Sehr schön. Haben wir. Haben wir. Weg da. Full-Droof. So, haben wir auch. Diese Schild-Jackson sind ganz schlimm. Sehr schön. So. Hier. Komm her. Verpiss dich nicht. Haben wir das jetzt von oben? Ach, von in hier den Jackson. So. Haben wir auch. Mit den beiden Wagen wir hier ab, wie gesagt, also. Die anderen beiden mit denen. Das jetzt nicht so lief. Aber mit dem. Hier. 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 Deck. Renau. Stopp'hör. Merci. Ah, da ist es mir okay. Wutti. Wutti. Ah, da ist es mir okay. Sehr schön, den habe ich auch. Oh, ein bisschen Muni. Wui, die sind schon ein bisschen sehr weiter vorgerückt. Was geht denn hier ab? Oh, sind die irgendwo... Oh, da oben. Ich weiß nicht, ob die irgendwo oben sind oder so. Fuck, 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 fuck. Wow. Wow, 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 wow. Alter, hier geht was ab. Ich weiß ja nicht, wo der andere Kollege ist. Wie, 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 wie. Der pennt hier oben oder was? Mann, 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 ich brauche Hilfe. Komm, 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 komm. Sehr nice. Sehr, 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 sehr nice, sehr nice, sehr nice. Bisher lief das nicht schlecht, muss ich sagen. Über ein bisschen nicht einmal down. Aber nur bisher. Ich habe noch eine Brandgranate, glaube ich. Ich muss aufpassen. Nicht mal eben regenerieren. Wow, 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 wow. Die kommen, pass auf. Ja, der ist doch tot. Dass er nicht checkt, dass die nicht hier sind, ne? Der läuft einfach da hin. Die kommen hoch, die kommen. Komm weg da. Hier. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Alter, was kommt? Warum werde ich denn jetzt hier von hinten beschossen? Von wo? Ah. Erstmal wieder. Heilen. So. Hände noch nicht weg. Komm, komm. Ja, und ab. Komm her. Sehr schön. Komm da her. Komm mal her. Komm mal her. Sehr schön. Agent, ich muss Ihnen etwas sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus. Und es passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen, woher würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Wollen Sie mal die Sachen hier einsammeln? Wir sehen ja alle verlorene Harmonie und so. ganzen Pakete. Was ist das, oder? Gehen Sie weiter? Was hat er denn hier? Okay. Alles gut nachgeladen. Wow, 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 wow. Jetzt wird es erst paradiesisch. So. Was? Hallo? Was ist das denn für ein Bug? Einfach mal im Erdboden verschwunden. Uh. Außerhalb des. Was? Rücker in. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Null. Was ist das denn für ein Scheiß? Sie haben schnell Zugriff auf Ihre Inventar, indem Sie Optionen drücken. Was war das für ein Mist? Spurlos im Boden verschwunden. Willst du mich veräppeln, oder was? Ist ja duftig gelaufen. Mensch, 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 Mensch. Ey. Jetzt bin ich irgendwo im Nirgendwo und ist meine Mission jetzt einfach abgebrochen, oder was? Weil er mich hier im Erdboden verschwinden lässt. Der Bug, oder was? Das geht ja mal gar nicht, also. Jetzt, äh. Sitzt mich hier nicht voll, also. Das kann ja nicht angehen, also. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Das ist ja jetzt voll durchgestratet. Jetzt brauchen wir sofort jemanden, der diese Situation uns einschätzt. Ich bin einmal gestorben und dann einfach mal eben so im Erdboden versunken. Gleich sind wir alle tot und dann nochmal alles von vorne, weil er mich einfach mal eben so im Erdboden versinken lässt. Spurlos verschwinde. Geht ja mal gar nicht, also. Das denn für ein Rotz? So, da haben wir schon mal den Rucksack-Bug in Aktion gesehen, oder was weiß ich. Was das für ein Rotz war, also. Ich werde sie versuchen, alle am Leben zu erhalten, aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle endet. Kann ich noch nicht mal der Mission mehr beitreten, oder was? Das geht ja mal gar nicht, also. Jetzt habe ich ja mal gar keinen Bock mehr da drauf. Komme ich ja noch nicht mal mehr hier rein, oder was? Ich war mit zwei Agenten hier unterwegs. Ja, ich will mit rein. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle endet. Hey. Kann ich diese Mission noch nicht mal mit den Jungs beenden. Wir sind gemeinsam voll geil da durchgewaged. Und jetzt ist ja einfach mal Ende. Weil ich hier einfach mal rausgebackt werde, irgendwie. Und ich komme noch nicht mal mehr rein. Ja. Das war es dann erstmal bis hierhin. Ich muss mal gucken, was jetzt hier abgeht. Also, es geht ja gar nicht, also. Ich bin jetzt hierhin.